Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich fast kriege, wegen der Emotionen. Ich freue mich, hier zu sehen, dass du dein Training oder deine Spiele guckst. Ich freue mich, dass ich die Medien zurück nach Hause mache. Ich freue mich, was ich in diesem Moment mache. Es war eine Möglichkeit für mich, die Leute zu trainieren. Ich hoffe, dass ich den Trainer treffen kann. Wir sehen die Leute zu trainieren. Nach einigen Jahren in der stressigen Tretmühle als Trainer bei namhaften Klubs in England, genießt er gerade mal die Ruhe einer Auszeit, auch um sich zu überlegen, wie es für ihn weitergehen soll. Und in Dortmund freut man sich immer über seinen Besuch. Schließlich zählt er zu jener genialen BVB-Mannschaft, die vor 25 Jahren den größten Erfolg des Vereins erringen konnte. Dass am Ende nicht Juventus Turin um seinen großen Spielmacher Zinedine Zidane zum Triumphator wird, ist zu einem nicht unerheblichen Teil sein Verdienst. Ich habe nie gemerkt, wie groß er war und wie groß er war. Woher er ging, war ich für ihn. Es war wichtig für das Team, dass wir nie getroffen werden. Denn in dieser Zeit war er wahrscheinlich einer der größten Spieler in der Welt. Nicht genug, dass er den französischen Superstar an diesem Abend auf Sparflamme hält. Paul Lambert leistet in diesem Spiel auch den wichtigsten Assist seiner Karriere. Paul Lambert leistet in diesem Spiel. Ich habe eine Chance und die Ball auf den Diagonal passen. Denn in his own eyes, Puerini, in der Backpost, war nicht so stark. Mein erstes Ding war, was was Otmar gesagt, die Diagonal. Aber in der corner meiner Augen, ich konnte zwei jäller Jerseys in der Backpost sehen. Ich konnte nur eine Juve-Person sehen. Und ich dachte, ob ich wirklich mit diesem Pass verbunden habe, dann habe ich eine Chance. Und ja, das war ein großer, großer Moment. Otmar sagte mir, die Nacht bevor der Training war, dass ich den Pass anschauen wollte. Es ist die Krönung einer grandiosen Saison, in der zu Beginn kaum einer Paul Lambert auf der Rechnung hatte. Steffen Freund hatte sich bei der Euro 1996 das Kreuzband gerissen. Und Otmar Hitzfeld erinnerte sich daran, dass ihm in den UEFA Cup-Duellen mit dem FC Motherwell einige Jahre zuvor einer dieser Schotten besonders aufgefallen war. Motherwell hat hier in Dortmund gespielt. Mein Sohn war, dass ich die Nacht des Spiels geboren wurde. Und ich sagte, dass ich die Coach von Motherwell, dass ich nicht nach dem Spiel kommen kann. Wenn mein Sohn war, auf diesen Tag, dann möchte ich bleiben. Also kann ich nicht nachdenken. Aber mein Sohn war erinnert vor dem Spiel hier. Und ich kam hier, wir haben das Spiel gespielt. Und weil der Adrenalin von deinem Sohn geboren wurde, und du bist glücklich, dass dein Sohn geboren wurde, hat mich wahrscheinlich besser als normal zu spielen, wegen dieser Situation. Die Gnade einer frühen Geburt hat es also überhaupt erst möglich gemacht, dass sein Gastspiel im Westfalenstadion so schicksalhaft verlaufen sollte. Ich und ein anderer Spieler haben eine Rückkehr nach dem Spiel im Stadion gemacht. Und wir sprachen und haben gesagt, kannst du mir vorstellen, dass ich hier jede Woche spiele? Und drei Jahre später kam ich. Aber wenn ich kam, ich weiß, dass Julio César hier ist, Jürgen Kohler hier ist, Matthias Sammer hier ist, Randy Muller ist hier, Schaffe, Kalla, Zorki. Die großen Spieler sind hier. Und ich denke, okay, ich gehe. Und vielleicht, vielleicht, das nicht funktioniert. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich möchte und lernen etwas anderes. Und das war die große Sache, zu kommen und lernen etwas anderes. Und zuerst, war ich zufrieden. Nein, das war nicht zufrieden. Aber wer Lambert Fußballspielen sieht, der weiß sofort, warum die Schotten auch Bravehearts genannt werden. Warum haben sie ein Fans-Favorite geworden? Ich denke, es war wahrscheinlich hartes Arbeit. Ich war immer ein Spieler, der so zu spielen wollte. Und egal, wie viel Geld ich hatte oder nicht viel Geld hatte, die größte Sache war, zu versuchen, zu erfolgreich zu sein. Nur kämpfen zu können, reicht auf diesem Niveau natürlich nicht aus. Gleich am ersten Bundesligaspieltag überzeugt er auch als Torschütze. Am zweiten Spieltag revanchiert er sich beim 4-0 gegen Düsseldorf, beim Schweizer prompt mit einer Torvorlage. Und eigentlich sprach nichts dagegen. dass Paul Lambert auf ewig ein Borussia bleiben würde. Doch nur ein halbes Jahr nach dem Champions League Triumph wird die Begegnung mit dem AC Parma zu seinem Abschiedsspiel. Das war die größte Zeit, die ich als Fußballer hatte. Es war wirklich schwer. Ich sprach mit dem Klub und Herr Meier sagte, Paul, wir wollen nicht gehen. Ich habe gesagt, ich will nicht gehen, aber ich muss, weil mein Sonn nicht gut war. Die Gesundheit von meinem Sonn nicht gut war. Aber ich habe nie erwartet, was passieren würde. Ich konnte nur meinen Namen hören, ich habe den Song bekommen. Ich dachte, was ist passiert? Und dann, die letzte Wissle ging. und sie nie wieder verlassen. Sie nie wieder verlassen. Ich ging in, und ich glaube, es war die erste Mal, ich habe wirklich gelacht, weil ich mich auf den Emotionen habe. Und dann, ich ging um meine Auto zu holen. Und da waren die Leute, ich habe mich auf meine Auto zu holen. Mein Kopf war überall. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, es wäre eine wirklich schwierige Zeit. Nach dem emotionalen Goodbye aus Dortmund fällt Lambert erst einmal in ein Loch, bevor er schließlich auch bei Celtic Glasgow zum Helden wird. Für die ersten zwei Monate zurück in Glasgow war ich schrecklich. Schrecklich, wegen dem, was hier passiert ist. Und ich dachte, was habe ich getan? Ich dachte, das war der größte Fehler. Ich konnte zwei Monate nicht spielen, nicht passen, nichts tun. Wir haben die ersten paar Spiele verloren. Und ich dachte, das war der größte Fehler. Und dann, die Zeit begann, zu besser und besser und besser. Und dann, es wurde großartig. Viermal wird er mit Celtic Meister, dreimal Pokalsieger. Später folgt die Aufnahme in die schottische Hall of Fame. Paul Lambert hat sich bereits zu Lebzeiten unsterblich gemacht. Und doch hängt er mit einem großen Teil seines Herzens noch am BVB. Der größte Kompliment, das kann ich den Klub geben geben, ist, ich hätte nicht die Leben, ich habe jetzt, ohne diese Klub. so, so, ich habe immer verabschiedet, was es mir gegeben hat. ja, ich denke, ich habe es etwas zurückgegeben. Aber ich habe immer verabschiedet, weil es mir alles, was ich habe. Und ohne es, so, dass ich die Karriere gehabt hätte. Wohl kaum ein Borusse, hat sich bei so einer kurzen Verweildauer solch einen Status erarbeitet. Und diese Liebe beruht auch nach seiner Karriere weiterhin auf Gegenseitigkeit. Ich habe eine Bucketliste gemacht, und ich werde euch erzählen, was es war. Es stand in der gelben Wall, und ich habe es gemacht. Ich wusste, was es war, in fronte zu spielen. Und ich erinnere mich immer, nachdem ich gespielt habe, werde ich da gewinnen und ein Spiel sehen. Und ich habe es gemacht. Dortmund, sie haben Köln gespielt. Das war vielleicht fünf, sechs Jahre vor. Und Marco, Marco Reus, hat zwei Goal gespielt. Mein Gott. Ich habe es getrunken. Bier, vielleicht Bier. Aber es war unglaublich. Das war eine von meiner Bucketliste. Aber ich will zurück in. Ich will zurück in. Und wieder ein Spiel sehen. Im Juli treffen sich die Helden von 97 wieder. Paul Lambert wird natürlich mit von der Partie sein. Die Vorfreude ist riesig. Ich weiß, es sind 25 Jahre, seit wir die Champions League gewinnen. Und wenn wir zusammenkommen, bin ich sicher, dass die meisten der Leute da sein werden. Denn es wird eine große Zeit. Denn wir haben eine sehr starkes Dressenraum. Wir haben sehr stark. Und was jeder Fußballer braucht, ist Hunger. Der Hunger war immer da. Der Feuer war immer da. Und das ist das große Sache über die Dressenraum. So ein bisschen scheint es, als könne sich eine jede BVB-Generation etwas von dieser damaligen Gemeinschaft abschauen. Und so ist es vielleicht ganz gut, dass Paul Lambert immer mal wieder in Brakel auftaucht. Ich denke, dass jeder die Erinnerung ist eine Sache die niemand von dir kann, von dir. Und was du erreicht hast. Das ist wichtig für mich. Das ist wichtig, was ich gewonnen habe. Das ist wichtig, Die größte Trophäe ist in deinem Kopf.